Jetzt kommen mal wieder die Dinge, die die drei Fragezeichen niemals sagen würden und das sind eure Vorschläge. Das müsste ich erstmal grobeln. Oh ja, bei Onkel Titus können wir wieder ausladen helfen. Können wir heute bitte einen Fall übernehmen, statt surfen zu gehen? Ein eigenes Auto würde ich nicht mein Geschenk nehmen. Bibliothek? Was soll das sein? Das Schloss sieht aus, als würde es darin spuken. Lasst uns reingehen. Och nö, nicht schon wieder Kirschkuchen. Dafür gibt's eine ganz logische Erklärung. Och nö, bitte nicht schon wieder recherchieren. Ich freue mich schon so richtig auf den Matheunterricht. Wir übernehmen nicht jeden Fall. Ich habe ihn geschnappt. Das war bestimmt nur ein Zufall. Schalte bitte den Verstärker aus.